Dann starten wir mal die Princes League Round 1. Schwierigkeitsgrad normal. Na, let's go! Ah, er hat er. Hier, hier ist der Mann-Man-P-P. Los geht's. Das ist ein guter. Das ist ein Teaset-Set. Ich glaube, dieser Yakuza-Teil könnte sogar mein Lieblings-Yakuza sein. Also, Manda-san, ich bitte auch die Reise! Okay, okay! Die T-Sette ist jetzt die größte Zahl. Also, wir machen auch heute, Mai-chan, Assa-chan. Bis zum nächsten Mal! Ich bitte! Ich bitte Sie. Hallo, Mandas. Ich bin Dino Chia, Holier. Ich habe mich vor kurzem gefeiert. Es ist heiß! Entschuldigung, Mandas! Ich habe mich vor kurzem gefeiert. Ich habe mich vor kurzem gefeiert. Was ist das? Ich habe mich vor kurzem gefeiert. Das ist das Showbiz. Ich habe mich vor kurzem gefeiert. Dino Chia? Entschuldigung, Mandas! Oh, wirklich? Ich habe mich vor kurzem gefeiert. 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 Was ist es? Ich habe mich vor kurzem gefeiert. Ich habe mich vor kurzem gefeiert. Ich habe mich vor kurzem gefeiert. Das ist eine große Flamme, die T-Send sind. Ich bin so einfach, wie lange ich am T-Send ist. Wie viel ist das? Genau, für die Fans. Nein, 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 nein! Was hat er vor? Oh, Naka-I-San! Daino-Chia-San, was you doing? Our talent? Huh? What the hell? What if it's red? You don't have a problem at the end! What if it's not? You can't get your legs. If you don't have a problem, you can't stop. If you're a guy who's like that, you can't take care of yourself. You can't take care of yourself. If you're a guy who's like an adult, you'll be able to take care of yourself. What's that? What's that? Was ist das? Das ist so, dass man sich nicht wegschraubt hat. Hör! Hör! Ich habe keine Ahnung, dass ich so etwas tun habe. Ich muss kurz an den衣装 verletzen. Warte mal, bitte! Willst du jetzt gehen? Wie ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin in der Okinawa. Was hast du gesagt? Nichts, aber... Was ist das? Das ist gut, Okinawa. Der Meer ist schön, und der Raum ist sehr schön. Ich kann mich immer wieder aufhören. Ich kann mich jetzt mal aufhören. Ich kann mich aufhören. Was ist das? Na, Horia. Was ist das? Man sollte solchen Personen immer mit Höflichkeit entgegentreten. Damit können die meisten nichts anfangen. Hä? Was ist das? Ich weiß nicht. Was ist das? Das ist so. 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 Wie geht's? Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist so. Sawa-mura-haruka. Das ist so. Wir haben sozusagen schon mal Feinde. Wir haben uns in der ganzen Zeit gerade noch etwas. Wir haben uns in der ganzen Spiegel. Wir haben uns in der ganzen Zeine. Wir haben uns in der ganzen Zeit schon mal Feinde. Ich würde mich nicht so überraschend sind, weil ich nicht überraschend bin. Ich weiß, wie es das? Ich bin erinnert, dass ich nicht so überraschend bin. Aber das kann es nicht. Wenn ich nicht gewidt, in diesem Weltraum leben kann, schädelte ich nicht. Überraschend? Hä? Ist das? Ich habe gesehen, warum geht es auf沖縄? Das ist eine gute Idee. Die Leute haben irgendwie Stress geblieben. Das ist wirklich gut, in der Okinawa. Wenn du Zeit hast, dann sagst du auch, Holier. Du kannst du mich nicht mehr aufhören. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich denke, du bist immer noch etwas. Also... Ich würde mich immer wieder aufhören. Aber ich würde mich wieder aufhören. Ich bin jetzt schon bereit, dass ich mich noch nicht verwendet habe. Ich bin jetzt schon bereit, dass ich mich noch nicht verwendet habe. Ich bin jetzt bald in der anderen Seite. Ich bin jetzt bereit. Jetzt gibt es ein Changing Mal sehen was für ein hübsches Outfit wir bekommen. Pumpkin Hör auf mich Pumpkin zu nennen. Pumpkin 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 Warte mal mitten im Auftritt oder wie? Da, 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 da. Vielen Dank. Oh, bereit? Ja, fertig. Dann, in den Kopf. Wie ist das? Was ist das? Ist das nicht so? Ja! Ich denke, es ist gut. Gut. Ich habe noch nie gemacht. Das ist gut. Wenn ich das, dann fange ich auf die T-Sett-Fan zu. Und dann... Es ist bald Zeit. Das ist gut. Wenn du, wenn du, wenn du immer wie immer, dann geht es gut. Ich bin so gut, dass ich so gut bin. Ich habe mich so gut gemacht. Ich habe mich selbst. Ja. Wie bitte. Entschuldigung. Herr Samura, bitte. Ja, bitte. Ja, das wird es lieblich. Ja, das wird es lieblich. Ja, das wird es lieblich. 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 In solchen Rhythmusspielen? Ich habe schon viele solche Spiele gespielt. Ich habe schon einen Rhythmuspielen. Jetzt sind wir die Angelegenheit. Die Eindelung ist der Angelegenheit. Ein Wunschwunsch. Ich habe schon einen Rhythmuspielen. Die Eindelung ist der erste Rund. Haruka, Saramura. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 2017 So, ich geh aber noch mal ne Mission machen, auf jeden Fall, es hat sehr viel, sehr viel anderes Zeug auch da drin. So, jetzt zeig ich euch mal hier Dance Battle. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Das war's für heute. Ah! Ja! Okay! Okay! Alles klar, Tulgas! Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke, dass du da warst! Ja! Ja! Ich bin wieder zurückgekommen. Ah, das ist ja, Haruka. Ja? Ich habe mich nicht vergessen. Ich habe mich geholfen. Entschuldigung, bitte. Entschuldigung. Ich habe mich so gemacht. Das ist gut. Ich habe keine Zeit für mich. Das ist mir. Das ist... Du bist so gut. Ich habe mich so gesehen. Ich habe mich über die Bauchstimme gesehen. Ich habe mich so glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Okay, dann geht es gleich an den Tag. Erstens. Ich bin ein Vorbereitung. Sie werden sehen, Sie sehen sich. Wenn du dich vestigungsstimme, dann gehen wir sieben, Wofür war das denn jetzt? Ich mag die Frau immer noch nicht. Wofür war das? Wofür war das? Wofür war das? Wahrscheinlich, ich bin ja umgezogen. Wofür? Wofür war das? 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 Wofür war das denn schon? Warte mal, hier habe ich drei Dinger gemacht. Wofür war das? 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 Wofür war das?